Freitag geht es bei Softwarearchitektur am Stream um das Spotify-Modell und warum dieses Modell eigentlich so gar nicht existiert. Ich werde erstmal darüber berichten, was man normalerweise unter diesem Spotify-Modell versteht, was Spotify in Wirklichkeit macht und was wir von diesem Missverständnis und dieser ganzen Geschichte lernen können, dafür wie wir am Ende noch produktiver Software entwickeln können. Ich freue mich auf viele Fragen, viele Zuhörer, viele Diskussionen. Bis zum Freitag. Vielen Dank.